Ich finde, dass bei einem Schwimmverein sehr wichtig ist, dass die Jugend, die Kinder heutzutage nicht mehr schwimmen können, wir die Schwimmkurse anbieten. Wenn wir uns das heute hier beim Schwimmverein anschauen, dann ist das wirklich eine sinnvolle Förderung, die wir von der Sportkais und der Privatstiftung im Rahmen der Glücksstifterkampagne machen. Einer unserer langjährigsten Sponsorinnen ist ja das mit dem Wolfsberger Schwimmverein. Ich weiß ja nicht, Jahrzehnte muss man sagen. Ganz wichtig, was da für die Jugend gemacht wird. Wenn so Extras sind, wie jetzt zum Beispiel der Vereinsbus, der ja nicht jedes Jahr gekauft werden muss, dann steht auch die Privatstiftung für das zur Verfügung. Und wir schauen auch, dass wir in ganz Kärnten unsere Förderungen weitergeben können, denn die Kärntner Sparkasse ist auch in ganz Kärnten tätig und das passt dann perfekt zusammen. Können Dank ist der Sparkasse.